Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Clustertruck auf dem Knacklappenkanal. Wir sind in der Ancient World und ich muss euch leider gestehen, dass das eine Neuaufnahme ist von den nächsten zwei Folgen, da das Audio so ein bisschen rumgespackt hat in der Welt 6 und ich das leider neu aufnehmen muss. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen schneller durchkommen, da ich die Level schon kenne, beziehungsweise, ja, es wird ein bisschen, vielleicht ein bisschen erbärmlich sein, da ich nicht durchkomme. Naja, dann wollen wir mal starten, was? Ich habe, glaube ich, auch direkt einen neuen Perk jetzt in den letzten Level bekommen, das ist Levitate, der mich mehr oder weniger in der Luft schweben lässt. Dann starten wir mal mit dem Level 1. Hallo? Wird zu Play gedrückt, aber es fühlt sich nix. Ah ja, okay. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir hier schnell durchkommen. Woop! 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 Ah, fast! Verdammte Fick-Scheiße! Wow, hier! Pro-Gaming at its finest Nicht die Skill-Tasse drücken, wenn man schon an den LKWs vorbeifliegt Wahrscheinlich eine gute Idee Wow, aber der Long Jump Oh nein! Komm! Wohl, weiter! Nein! So knapp! Warum? Und da jetzt so Und... Oh! Komm! Nein! Nein, 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 nein! Wir sind zu viel Momentum gehabt Ja, so wie es aussieht, könnte es wieder ein bisschen länger dauern Das ist, äh, bis jetzt somit das Schwierigste an Leveln, was ich in dem Spiel hier gesehen habe, diese Ancient-Welt So, und komm! Ah, fast! Wieso bin ich nicht auf dem Scheiß-Ecker bis stehen geliehen? Na ja! Äh, muss doch nicht sein! Schon wieder so früh am Tag hier so ein Stress verursacht Durch diese Kack-Welt Ah! Ich hasse diese Welt! Das ist einfach... Das ist einfach... Hup! Hier! Nein! Wieso rutscht der da runter? Einfach dieses... Auf querfahrende LKWs springen Ist einfach... Ist einfach nicht schön Hup! Ein bisschen aufladen hier Und... Hup! Jetzt hier so rüber! Und... Da sind wir auch durch... Ziel schon durch! Alles klar! Ein bisschen Punkte bekommen Und dann können wir direkt ins nächste Level hier rüber! Hup! 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 Nein! Fast! Aber es sah doch ganz gut aus! Schon so mittlerweile... Nein! Ja! Au! Ich hasse einfach dieses... Ich hasse diese Welt! Ich hasse dieses Leben! Hup! Nein! Nein! Mal schneller durch! Mal wie das jetzt so funktionieren soll! Die Antwort kann ich euch auch nicht geben! Ja! Es wäre schön wenn man sich ein bisschen... Unschön vorbei an dem LKW Wenn man sich ein bisschen... Besser bewegen könnte! Und... Der Charakter ein bisschen besser steuerbar wäre... In der Luft! Wieso fahren die da eigentlich... Wieso können die da... In der dritten Lane eigentlich nicht geradeaus fahren? Oh! Leute! Ja! Nein! Nein! Lass mich da drauf und ins Ziel rein! Alles klar! Und ab ihm ins nächste Level! Hup! Huah! Komm, 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 komm! Jawoll! Alles kein Problem! Soweit! So! Und wenn wir das schaffen hier... Dann wird das, glaube ich, eher eine kürzere Folge! Da wir... Das Ganze dann in Level 5 stoppen werden! Und... Und... Und die weiteren... Beziehungsweise... Ja, lass... Lass mal Level... Lass mal Level 6 oder so sein! Und das Ganze dann in der nächsten Folge dann... Soweit... Fortsetzen werden! Hallo? Äh... Ok... Das ist jetzt glaube ich... Von beiden Seiten mit runterfallenden LKWs... Ja komm! Lass mich da... Lass mich da durch, du! Und levitate, kein Problem. Damit waren wir jetzt... Level 6? Ja, muss ja, ne? Ein paar Fleischklopfer da vorne. Sollten wir, glaub ich... Au! Am besten nicht mit dem Kopf gegen. Hopp! Hot Tamale, Hot Hot Tamale, Hot Tamale, Hot Hot! Juhu! Fast! Nur ein bisschen länger auf den LKWs bleiben hier. Soll ich... ...levitate ein bisschen später zimpen können. Sooo... Wie schaut's hier aus? Nein, 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 nein! Komm, 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 komm! Au! Fast! Alles klar! Dann müssen wir jetzt was mal machen müssen. Und zwar ist das wieder so ein Ebenenkack hier. Oh! 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 Ein bisschen zu schnell unterwegs und komm nicht mehr. Da... Äh... Da ist das. Lululululul! Hopp! Und hier runter. Und jetzt... Äh... Äh... Guck! Nee, 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 nee! Fahr mal... Fahr mal hier schön... Fahr mal hier schön durchs Ziel durch! Alles klar! Und... Das sollte es für diese Episode auch gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne unten den Like-Button drücken Der Dislike-Button ist genau daneben Falls euch meine zahlreichen Versprecher nicht gefallen Würden uns über ein Abo oder einen Kommentar unter unseren Videos freuen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao